Herzlich Willkommen zu einem Video von kreativekiste.de Falls ihr das Problem in der Siemens Logo habt, dass auf einmal euer Programm weg ist, beziehungsweise dass nur noch Teile zu sehen sind und ihr dann versucht natürlich über die Seitenaufteilung zu gehen und es dann größer machen wollt und irgendwann die Meldung hier kommt, ich brauche für die Seitenzahlen den größeren Wert und wenn ich das dann einstelle, auf OK klicke, dann sagt ihr, ich brauche über 15 und 24, kann aber das hier gar nicht einstellen. Ihr seht es auch hier, also mir fehlt eigentlich 90% vom Programm. Dann müsst ihr folgendes machen, ihr müsst auf Drucken gehen und dann den Druckbereich kleiner stellen. Wenn ich jetzt mal auf 100% gehe, dann sieht man, dann ist das immer noch nicht mein ganzes Programm. Das heißt, ihr müsst auf Drucken gehen und im Grunde auf 25% gehen. Und siehe da, da ist euer komplettes Programm wieder und ihr könnt jetzt tatsächlich auch die Seiten zusätzlich jetzt einstellen. Das heißt, es kann durchaus passieren, wenn ihr eben auf Drucken geht und hier die Seitengröße, also die Größe im Prozent, verstellt auf eben zu groß, dann seht ihr auf einmal nur noch diesen Programmausschnitt. Ist mir gerade passiert und ich habe gerade echt ein bisschen rum überlegt, weil ich das noch nie gebraucht habe, das Ausdrucken von einem Programm. Aber das ist auf jeden Fall der Fehler. Dann einfach auf Drucken gehen, auf 25% und auf Abbrechen und da ist schon wieder alles da.